Hehehe Ich mache jetzt 3 mal weg, ey Ja So, ich mache jetzt 2 Ich glaube, es ist 2 Ich glaube, es ist 2 Ich denke, es ist Echt Ich laufe erst aufs Kreuz Jetzt habe ich den Geist hier entdeckt Ne, das ist am Kopf da Weiß nicht, weiß nicht, das ist Ne, gut Ah, jetzt habe ich den Geist hier Was ist denn der Hütte? Ich glaube, es ist das Das ist der Hütte Der Hütte Ich glaube, es ist der Gumpel Ah, das ist schon hier so. Ja, das ist schon hier so. Das ist ja theoretisch hier ein Temperance Line. Zweites Total. Ja. Das ist wieder der komische Kopf. Was wirkt denn da vorne? Wir müssen auch hier drüben. Äh, das kann Thiago sein. Und wo? Oder nicht? Ich... Ich geh mal von der anderen Seite hin. Das ist mal zu blockieren. Das ist nicht funktionell. Nicht gut. Und... Ah, das war eben dann, wenn ich den Schatz komme. Bei Angst sind die Teilen dann den Schatz eben. Ja, dann, dann teile ich jetzt mal. Aber das ist ja wirklich ganz schuldig. Wie ich das glaub machen wollte. Ah, die Beute wird dann... Aber das war ein Besatz. Aber hier ist Besatz. Ja, das war ein Besatz. Das war ein Besatz. Das war ein Besatz. Das war ein Besatz. So, ich habe mir das gar nicht gezeigt. Ich muss mindestens noch eine Stadt erobern. Jetzt habe ich nur 2.4$ und mahn. Und damit kam das Schiff nicht über die Seeschal. Das hieß, ich muss zu Schenke... Das kann ich nicht mehr machen. Dann noch mehr. Dann noch mehr. Dann noch mehr. Dann noch mehr. Ja, das kann ich nicht sein. Ja, ich wollte jetzt schon ziehen. Schüsse ich ga es hin. Me burst schon Critical. Dann wäre das gar nicht anders. Wir haben einen Malged를 bekommen Mw. Da ist hier, auch nicht auch ein Toter Baum. Da ist das Tempel. Hier ist das Toter. Enten ist noch ein Tempel. Da ist die Hütte. Da ist gleich der Schatz. Da haben wir ihn. Ich weiß, das kann sich nicht mehr passieren. Egal. Jetzt ist noch ein Umbre. Sehr schön. Ich schiegel jetzt. Ich wohne. Nein, hier nicht. Da kommt zuerst ein Schuss. Ich weiß, was ich weiß, was ich weiß. Ich weiß, was ich weiß, was ich weiß. Ich weiß, was ich weiß. Oh. Komm ab. Komm so Early. Denn nicht. Duor und ihm. Jetzt vais einfach mal gucken. Ich muss das Projekt da finden. Wieso habe ich jetzt nichts mehr an? Was für die Leute? Ich glaube, wir haben... Ah, das ist nur noch alt. Das ist eine richtige Richtung, oder? Hier in Veracruz ist der doch alles. Das ist Nebela. Und auch da. Das ist ein bisschen höher. So passt das. Egal. Egal. Aufsicht. Ah, ja. Aber 3 km. Oh Gott. Joach, Joach, Pyrothoid. Also, das ist ja nicht so, als würde ich jetzt... Ja. Fahren. Haben nichts machen müssen. Ein indianisches Ding ans Kirchen. Aber ich habe schon 22 rum. 22 rum. 22 rum. Tach. Der war schlecht. Ja. Schon. Also... So, ob ich hier noch ein paar Leute... In Cresserville, ein paar Leute. Ja. Ja. So, er war jetzt nicht. So, er hat mich auf den Kopf gemacht. So, er hat mich auf den Kopf gemacht. Ich will jetzt mal versuchen. Ja, ich wollte zuerst. Okay. Ah, okay. Ist das jetzt irgendwo unterwegs? Ich bin schon weg. 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 Deswegen ist mir nicht gut, dass ich das hier erfahre. Beziehungsweise kein Geschmissband. Ja, ist alles... Nö. Das wär auf die falsche Richtung. Nö. Ich bin jetzt nicht 20 Minuten gekommen. Wie empfindlich hier ist hier. So, kann ich jetzt schon sich hören. Ah, da wird mich in der Habana gezeigt. Ich glaub, ich geh ein bisschen essen. Wenn man das... Da hab ich dich. Das kann ich jetzt mal raus. Ich bin jetzt mal raus. Ich mach mal jetzt mal raus. Ich bin hier über den Kongos umgezogen gegangen, weil ich hier habe, auf dem ich gefunden habe, wo er das noch wein ist, und mir schweifen, das ist ja gut, egal. Bäm. Springen. Ja, jetzt wird nämlich nicht mehr angezeigt, was ich zu tun habe. Jetzt muss ich auf dem Salar anklopfen schauen. Da hab ich dich. Liebes Szene. Die Tochter's Gemüse wird auf dem Vollschiff als Geisel festhalten. Lieber Grab und Kanü. Boah, dann müsste er sich selber lesen. Das ist recht schnell. Ja, ich brauche auf jeden Fall SN. Aber das ist auch ein ganz ordentliches Schiff, ich muss mal vergleichen. Nämlich jetzt. Aber nicht hier. Ja. Jetzt müsste ich, müsste ich nach Sandkits? nicht schlafen jetzt. Ich geh schon jetzt. Oh, hey. Oh! 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 ich bin echt Ich weiss ja nicht jetzt genau, ob es eine Schädigkeitskarte gibt. Oh yeah! Ah, ich muss sagen, die verraten, dass die Finger sind. Ich muss es denken. Ne, dann fahre ich. What? Ich werde geklickt. Mist. Jetzt muss ich mal auskommen. Ha, da habe ich Sharon Lafitte. Und ich habe auch seinen Schatz gefunden. Ich brauche nur 3 mehr. Dann habe ich irgendwas. Und dann brauche ich auch nicht mehr tanzen. Weil tanzen finde ich sehr schwierig. Aber ich werde noch einmal tanzen. Und jetzt mit den Schädigkeitskarten. Um es so zu zeigen. Ja. Oh Gott. Aber... Wo ist denn gerade? Achso. Wo will ich hin? nach Sandkits? Ja. Ich werde das im nächsten Part machen. Oder... Nein, nein. Nein, nein. Ich mache das eben nicht im nächsten Part. Ich fahre jetzt dahin. Und falls etwas passiert, nehme ich es auf. Wenn nicht, fahre ich einfach dahin. Und dann nehme ich im nächsten Part wieder vor Sandkits auf. Weil diese Fahrten... Ja... Sind jetzt nicht so interessant, finde ich. Deshalb beende ich jetzt hier die Parts. Wahrscheinlich ist jetzt der zweite, den ich im Stück aufnehme. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja.